Nachhaltigkeit. TUI misst touristische Aktivitäten. In Kooperation mit PricewaterhouseCoopers und der Travel Foundation hat die TUI Group gemessen, welche Auswirkungen der Besuch von 60.000 TUI-Gästen auf Zypern im Jahr 2013 hatte. Die wegweisende Studie belegt, dass TUIs Aktivitäten positive Effekte erzielen. Gleichzeitig müssen durch Touristen verursachte Umwelteinflüsse aktiv gemanagt werden, damit Destinationen langfristig attraktiv bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017